Hallo Leute, Apple hat den HomePod Mini in einer neuen Farbe veröffentlicht und in diesem Video sehen wir uns das sowie den HomePod Mini allgemein im Jahr 2024 genauer an. Die Farbe Mitternacht hat beim HomePod Mini SpaceGrow jetzt also ersetzt und ich finde der Unterschied lässt sich sogar im Vergleich schon an der Verpackung erkennen. Mitternacht kennen wir eigentlich auch schon von diversen anderen Apple Geräten und beim HomePod 2 hatte eben genau diese Farbe auch SpaceGrow im Vergleich zum HomePod 1 ersetzt. Beim bestehenden HomePod Mini ist das jetzt auch so der Fall. Konkret hier haben wir es also mit Mitternacht mit einer nochmal dunkleren Option im Vergleich zu SpaceGrow zu tun. Ich würde mal sagen ein noch dunkleres Dunkelgrau mit einem gewissen Dunkelblaustich. Allerdings kommt es ja auch ganz auf das Licht an. In einer helleren Umgebung sieht es dann zum Beispiel so im Vergleich aus. In einer dunkleren Umgebung am Abend zum Beispiel würde ich sagen sieht es dann doch eher fast schwarz-blau aus. Der HomePod Mini wird jedenfalls in ein paar Monaten schon vier Jahre alt. Dass Apple jetzt hier einfach nur die Farbe verändert hat, gibt mir schon irgendwie das Gefühl, dass anscheinend ein neuer HomePod Mini in naher Zukunft nicht unbedingt geplant ist. Sonst hätte sich Apple die Farbänderung ja vielleicht für das neue Modell aufgehoben, so zumindest mein Gedanke dazu. Was kann ich über den HomePod Mini nach bald vier Jahren Nutzung sagen? Auf den Sound bezogen darf man ja hier sowieso keine allzu großen Erwartungen haben. Aber ich habe schon immer gesagt, dass aus dieser kleinen Kugel mehr rauskommt, als man es sich denken würde. Also verhältnismäßig für diese Größe hat der HomePod Mini hinsichtlich Sound schon ordentlich was zu bieten. Und als Stereopaar lässt sich das Ganze finde ich dann auch nochmal um einiges steigern. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt beim HomePod Mini und für mich persönlich, also aus meiner Nutzung heraus vielleicht sogar der wichtigste, ist das Thema Smart Home bzw. Apple HomeKit. Für jemanden wie mich, der schon ein recht umfangreiches Smart Home Netzwerk aufgebaut hat mit verschiedensten Geräten im Zuhause, ist der HomePod Mini eine sehr wichtige Komponente darin. Mit dem HomePod Mini kann ich nämlich all meine Räume mit einer HomeKit Steuerzentrale ausstatten und habe in jedem Raum praktischen Zugriff auf mein Smart Home. Eine praktische Möglichkeit einfach in den Raum reinzusprechen und meine Smart Home Geräte zu steuern. Im Endeffekt ist das aus meiner Nutzung heraus auch wirklich das, wofür ich den HomePod Mini am liebsten oder am häufigsten im Alltag nutze. Dazu kommt ja auch noch, dass er Thread-fähig ist und in einem Thread-Netzwerk auch als Border-Router, also als notwendiges Herzstück eines Thread-Netzwerkes dienen kann, aber auch allgemein eben als Thread-Router. Abgesehen von all dem vergesse ich aber manchmal, dass es sich hier eigentlich um einen sogenannten Smart Speaker handelt, der allerdings nicht so smart ist, wie er heutzutage sein sollte. Die heutzutage selbstverständlichen Standard-Anfragen, die funktionieren bei mir hier eigentlich sowieso meistens, also Anrufe, Nachrichten senden, Erinnerungen oder Kalendereintrück erstellen, Timer erstellen und so weiter. Aber das von Apple neu vorgestellte Siri unter Apple Intelligence, wann auch immer es letztendlich zu uns kommen mag, das ist eigentlich genau das, was dem HomePod meiner Meinung nach noch fehlt. Zur Integration von Apple Intelligence im HomePod sagt Apple aktuell sowieso noch nicht viel. Aber ich hoffe einfach, dass Apple hier die richtigen Entscheidungen treffen wird und einfach das tut, was ich denke ich auch die meisten von euch wünschen würden. Ansonsten bin ich ja eigentlich mit dem HomePod Mini durchaus zufrieden. Ich finde man hat mit den 109 Euro, die er aktuell kostet, für Apple-Verhältnisse, also im Apple-Ökosystem, eigentlich ein anständiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein insgesamt gutes Gesamtpaket. Wird nur noch Zeit, dass der HomePod zu einem echten Smart Speaker wird, so wie man ihn sich im Jahr 2024 oder 2025 erwarten würde. Vorerst gibt es jetzt hier aber mal nur eine kleine Änderung an der Farbauswahl. Neben Gelb, Orange, Blau und Weiß wurde Space Girl jetzt also durch Mitternacht ersetzt. Schreibt am Ende gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrung mit dem HomePod Mini aussieht und wie euch das neue Mitternacht hier im Vergleich zu Space Grau gefällt. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.